Okay, Leute, geh weiter. Nachdem ich, hey, so brandheißen News von Roland erzählte. Von Roland, ey. Der weltberühmte Roland. Roland, ey, mit seinem Computershop und der bei seiner Mutter wohnt. Oh jeder. Und er ist zum Detektiv geworden. Ne, weiß ich nicht, jedenfalls vielleicht Zeuge oder Opfer. Obwohl, ich würde eher das Opfer sagen. Da ist doch... Da ist doch mehr drin als Freundschaft. Freundschaft, genau sowas. Da ist doch mehr als Freundschaft. Die haben in einem Bett geschlafen. Da ist doch nur Freundschaft. Da muss ich dir jetzt Sorgen machen, dass ich hier einen Nachwuchs erhalte. Geil. Warum sagst du mir nicht, dass ich die falschen Charaktere hier habe? Wen hast du denn? Der hat die ganze Zeit mit Prillie rumgebockt. Echt? Ja. Habe ich nicht gemerkt. Boah! Stärke. Aber was mit Geist? Geist, ey. Ja, mach was du willst, ey. Geist mache ich danach dann. Später muss ich wieder alles neu machen. Nein, Geist kann ich ja sowieso keine Stärke-Skill. Viertel, ich brauche nicht so viele. Ich habe mehr Rüstung als die alle zusammen. Als wir alle zusammen. Durch den Schild hier, weißt du? Der hat gar nichts gegeben. 88! Du warst schon auf 88 vorher. Nein, der hat 88 gegeben. Hoffe ich mal. Ich glaube nicht. Wo ist denn der Zweck dahinter? Sieht einfach nur cool aus, ey. Das kann ja nicht sein, ey. Wir fast verweckt. Ich habe mich nicht einmal geheilt. Oh, ich habe mich schon einmal geheilt. Wir fast weg. Wir waren gerade schlafen, ey. Still, ey. Das ist heiß. Der Faul, ey. Star Power. So, komm, schlag mal zu. Sieht nur cool aus, sagt er, ey. Das Zweck hat das Gold-Shit. Gold ist eigentlich das falsche Metall. Ja, ey, voll weich. Ja, um damit halt. Vergleich zu alles Metall. Ich bin schon immer aufgefegt, ey. Ja. Ich kriegst so ein Goldhelm, ey. Weißt du, yeah. Yeah, ey. Boxst du durch, ey. Mit einem Buttermesser, ey. Das ist halt nur cool, das weißte. So, jetzt kämpfen wir gegen Ninja. Schon wieder. Ey, Jessica. Sexy Jesse, ey. Rundgeschmack. Hey, ist nichts. Du. Dummes Mädchen. Du bist nicht mehr verflugt, hast Kopf hoch. Will, wenn das eure letzte Schong zum Beispiel beweisen, bewacht den Eingang. Wenn ich mich mehr in Beweise bin. Wenn ich mich mehr in Beweise bin. Bitte mehr auch Gift geben. Ey, warte. Weiter kommt der D. 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 der dunkle Macht. Angst ist gut. Puh. Das haut den weg, ey. Aber ja, klar, ey. Ey, die ziehen immer noch so viel ab, weißt du. Oh. Ey, ich konnte nicht mal X drücken. Ich aber. Ob das noch ausweicht? Ich bin schon am Kass. Ja, ich bin nicht zu sicher. Hallo, ich kassel schon. Ja, Kassel, ey. Kassel ist nicht. Nein, er selbst nix. Höh? Schön. Ja, ich hab null. Ah. Bats, bats, bats. Als kann man das in den Lebenswasser gibt, ey. Ich wollte. Der nächste, der tot ist. 100. Ja, klar. Meinst du, die haben irgendwas verlernt seit dem letzten Mal? Die haben gelavellt hier in der Wüste. Ich glaube auch, ey. Ups. Ey. Ey. Was machst du? Ich will zaubern. Oh, die sind schon zu zweit. Ja, schau mal. Vielleicht gut. Ey, wir müssen unseren Superschlag aufladen können. Du solltest erst mal Primi holen. Ja. Ey, das steht nur auf einen, ne? Ja, das ist nur für ein Gehne. Machen wir das so. Ey, ich hab einmal gedrückt. Ich kann nichts mehr drücken. Oh, da steht er doch noch alleine da, ey. Der böste Heuer auf der Welt. Normal, ne? Ey, gut. Das muss ich machen. Gut, ey. Normale Schläge ziehen mir nichts ab, ey. Ich muss mir eben eine Schokolade geben. Das heilt noch gerade zu lange. Ja. Sie ist wahrscheinlich, ja, am Schlagen. Er ist tot, ey. Der gibt's mir los, ey. Ich bin ein Meister, so sieht's aus. Sie ist wieder am Schlagen, aber diesmal ist egal. Hehehehe. Also, gegen die beiden Nimmglassen sind wir am Schlagen. Ey, das liegt nur 14 ab, lass das. Ey, weiter. Weißt du, was viel abzieht, Foster. Ja, das kann sein. Weil die in der Wüste aufgewachsen sind. Ja, stimmt. Weißt du, man muss nur logisch denken, ey. Ey, gleich so. Null. Tschüss, Primi. Die lebt noch. Schluck, Messer! Boom, ey. Boah. Krusher ist. 36, nicht schlecht. Primi ist unbrauchbar. Ey, sie ist doch von tot, Leute. Die sind gemein, hätte die. Boah, ey, der macht doppelt. Ey. Es sind doch keiner wirklich tot, ey. Wie dumm. Jetzt aber. Ja, logisch, dass das Lebenswasser so billig geworden ist. Ey, lebt die doch, die Alten? Ja, nein. Nein, neben mich. Jetzt ist sie tot, ey. Ey, das hast du ja an dem Spiel. Äh, hätten sie echt anders machen müssen. Ey, die haben kein Mana mehr. Ja, gib ihn, gib ihm. Schattensprung. Hier, die haben kein Mana mehr. Ja, das mit brauchen die kein Mana. Das ist Spezialattacke. Ey, der eine ist tot. Jetzt geht ihm mit deiner Spezialattacke. Er macht ihn. Geil, ey. Steh, du Ninja. Oh, doppelt. Weggefetzt. Bill Ben, verdammt, diese Bijou. Der heißt nicht Bijou, oder? Ich weiß nicht. Bijou wird anders geschieden. Ja, was heißt das denn dann? Äh, Bijou. Bijou. Wie cool. Ey, da sind sie ja wieder. Ja, das ist, äh... Bop. Belf. Belf. Bill Ben, Belf. Ey, Ben kommt gleich noch. Geh mal da rein, ey. Bum. Oh, ho, ho. Einig zu sowieso, um hilf es euch zurück. Ach so, da muss man später rein wieder. Richtig. Weiß doch jeder. Der wird mal rein. Oh, feuer schlag. Das ist, äh, jetzt, 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 jetzt hier, hier kann man Dings machen. Muss man. Muss man nicht, aber. Das sollte doch relativ effektiv sein. Die ersten Mitglieder von 145 abgezogen hat mit seinem Feuerarten. Ja. Und die hat noch relativ viel aus. Oh. 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 Feier. Egal, was die Gommels immer drauf haben, wie sie noch falsch sind. Hier in dem Land. Bye-bye. 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 Nein, wir sind wichtig. Ich darf uns mal eben alle. Oder. Oder? Das könnte natürlich auch falsch sein. Wir werden sehen. Ey, das ist nur 200 halt, das ist ein bisschen mager. Da weich doch völlig aus. Naja. 999 eben ist das. Geil, ey! Warum hab ich gerade geheil, ey? Aber so ungedrückig. Du? Du siehst ja nämlich ein bisschen Final Fantasy-mäßig. Welches? Das, was hier gerade läuft, diese Musik. Ja, welches Final Fantasy? Das kann ich nicht sagen, soll ich genau nicht mehr reden. Kein Schritt näher oder was mit ist tot. Feinlich! Hahaha, ich ne, du hast besucht bis zum nächsten Mal. Was zur Hölle? Also Pfeil! Pfeil Attacke! Äh, Raffi, bin ich frohlich zu sehen. Wie geht's Jessica? Sie ist bewusstlos, aber die Halbskette ist weg, also können sie wieder zu sich kommen. Die nächste Schritt ist DIN. Ich bringe die Jessica dorthin. Der DIN, ey! 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 Hätte gesagt, wir hätten nochmal abgespeichert, aber... Äh, jetzt kommt doch kein Bus! DIN, ey! Die Energie, bleib! Ich schaue, dass die sich nicht mehr nehmen konnte. Ich muß bilden und benzen, wenn… Ihr Opfer waren nicht von sonst, mein Meister war doch der Prinz des Heiligenlandes Unser! Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye, nie, also, bye, bye! No, adios, amigos! st ich kann aber nicht ausgleichen überwürdig zu lassen bis zu zweitelschröse erledigt und ich will mal so eine frau was nicht mehr dieser Mauswärme für mich mein Mann ansteigen muss klicken er ist dachte du mir vorlesen. Genau diesmal wir dafür bezahlen, bla bla, wenn man mal ansteckt. Du scheinst nicht so. Was ist denn? Du scheinst nicht so, aber das ist immer zu sein. Du musst ihm was klären. Aber man könnte sagen, ich koche vermut. Also hast du dich entschieden und uns helfen? Danke. Überlassest du mir. Ja, ich bin so weit und ich stelle mich selbst über Feuer. Ich kann jetzt weiter. Nein, der hätte wenigstens in den Start dritten müssen. Aber so komme ich noch weiter. Ich glaube, hier sind noch keine Monster mehr. Und wenn, ist auch egal. So kann man sich hier sehen. Am besten wir sterben jetzt. Das wäre witzig. Oh nein, Schutekin! Juhu! Stier! Mit der Star-Power! Oh oh! Juhu, das war knapp. Ich könnte natürlich auch Fluchtau benutzen. Wundertau, aber ne. Das was für Loser. Nicht, kein Loser! Das mal gut, Schnitt machen. Schnitt! Ja, weil ich muss irgendwas klären. Klären! Also, bis gleich. Bis gleich!